Ja und damit hallo und herzlich willkommen meine lieben Gaming-Freunde, wie ihr im Hintergrund seht bzw. im Titel dieses Videos und auch in der Videobeschreibung. Es gibt eine Fortnite-Woche, yeah und morgen geht es auch schon los, ein Livestream und zwar, weil ja die Season 3 bald rauskommt, wollte ich ein paar Videos raushauen, weil ich gemerkt habe, Fortnite geht ab. Ja und zwar morgen Livestream von 17 Uhr und dann mal gucken, wie lange es gehen wird und ansonsten die Videos Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag 17 Uhr auf meinem Kanal. Ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und seid gespannt. Ich freue mich schon auf jeden Fall auf euch. Bis dahin Leute, ciao.